Jetzt probieren wir es mal mit beiden. Dann nehmen wir eine raus. Und der schwarze Mosis sieht es doch. Ist ja egal. Aber wir haben ja gar nicht mehr. Ja. Haben wir da nicht einen Schein dafür. Die Taschen haben wir ja nicht unten. Aber was bringt er das? Das sieht immer so frontal aus. Wenn du das Gesicht kriegst. Dann ziehst du immer nur das Gesicht und alles andere nicht. Du musst vielleicht gucken, ob du an der Seite ein bisschen zuheben kannst. Dass man das schwarze nicht drunter sieht. Und dass das nicht auf gauche war. Ja, dann ziehst du einfach ein wenig hoch. So überzogen drüber. Ja, ist so. Das ist hinten doch ein bisschen. Ja, das ist hinten. Ja, das ist hinten. Ich kann nicht. Ich kann nicht mehr warten. Ich weiß nicht. Jetzt ist es nicht. Du musst mehr... Ja. Ja. Na, guck. Ja, wirklich. Ja. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Ja. 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 Ja, das hatte ich alles in Berlin-Ärbert. Ich guck wieder mal richtig. Kann ich? Jau! Juhu! 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 Sehr gut!